Ich muss die beiden Generatoren anschmeißen. Okay. Okay. Oh shit. Sorry. Die Türen sollten sich öffnen. Und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Hey, Ripley. Willkommen auf der Anisidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Ja, Herr Arbeiter spart. Er musste nur vorübergehend aufschlagen zu halten. Ich muss ein paar Sachen in Ordnung bringen. Hey. Taylor? Taylor! Marlow, was machen Sie da? Was sich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich hab etwas für Sie. Bisschen unübersichtlich, wa? Hä? Was war das denn? Das ist fast gerade gebrannt. Das ist hier gleich knallt im Karton. Warum kann man nicht hier hinten durchgehen? Weiß man auch nicht, ne? Pissvieh. Aber wäre hier so ein Vieh auf der Station, beziehungsweise auf dem Schiff, dann wäre doch schon längst... Dann wäre doch schon längst die Mami hier gewesen. LM Link. Silvastopolok. Silvastopolok raute 543374. Was auch immer sich an Forster gehaftet hat, ist tot. Es lag neben ihrem Bett auf dem Boden, eingerollt wie eine Spinne. Forster sagt, ihr geht es gut, aber ich hab sie trotzdem in den Hyperschlaf geschickt. Das Ding muss irgendwas getan haben. Vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Silvastopol ist die nächstgelegene Station. Ich werde sie zur Untersuchung hinbringen. Es könnte ein Problem mit der Quarantäne geben, aber der Nostromo-Flugschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Oh, jetzt hab ich schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Alter, das gibt's doch gar nicht. Jedes Mal LM Link. Anesidora, hier spricht Marshall Waits auf der Silvastopol. Offiziell sollte ich ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Silvastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstrecken-Shuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Silvastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Sorry, aber... Es muss einfach sein. Wo war der Scheiß-Safe-Point? Ich glaube hier, ne? Sorry, aber das muss einfach sein. Wer weiß, was passiert. Pum! Hat ja jetzt auch nicht so lange gedauert. Kann ich da hinten noch mal? Ne. Mich mal interessiert, ob ich das Ding auch wegknallen hätte können mit dem Pumpgun oder sowas. Blende... 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 Geräusch... Hab ich genug Bolzensschussgerät? Dann brauche ich mir... Kann ich auch eine Rohrbombe bauen? Ne, kann ich gerade nicht. Dann brauche ich mir noch ein Moddi. Mitnehmen, bitte. Er schreckt mich doch nicht immer so. Bindemittel... Hier ist ein Herzclub. Was davon? Bindemittel. Was sind die Schäfte hier? Boah, hier ist es so warm. 2000 Grad. Nanu Wir versuchen ihm aus dem Weg zu gehen, jede Spur hinter sich verwischen, alle Anzeichen zu stören, die Infektion vom Ausbreiten abhalten, sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät, denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Auf Deutsch, du möchtest alle umbringen oder? Wie ist das jetzt gemeint? Das war doof von mir. Okay. Weil die Taste E genau da drüber hängt immer. Ne? So genau über der D-Taste hängt immer die E-Taste und der E-Taste bestätige ich halt. Äh, ja. Noch so ein Vor. Komm, das ist rausgerieselt, dieser Staub. Hier muss man das Staub wischen. D-Taste? D-Taste? Ja, fang. Der Ratsch. Lägg. N-Daste hängt. D-Daste hängt. komponente b also ehrlich ganz gemütlich durch so einen halberunden gang kommt dann hier an guckst du hier um die tür geht natürlich auf aber hier ist noch ein speicherpunkt neben der tür also ganz ehrlich wie auffällig soll das noch sein sehr sehr auffällig die unheimlich power für den kern benutzen sie das terminal warte uns terminal hacken kein strom dann wollen wir das mal machen Blablabla. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff. Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben. Wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Oh Gott. Jetzt wissen Sie Bescheid. Ich werde den Fusionsreaktor überlassen. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen. Sonst geht das alles wieder von vorne los. Lass das, du voll Idiot. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen! Da sind noch Überlebende auf der Station! Marlo! Aber nicht Foster! Sie war meine Frau! Ich habe sie geliebt! Und ich habe sie getötet! Oh! Oh mein Gott! Ich glaube, ich war zu spät! Er hat es bereits in Gang gesetzt! Er hat es in Gang gesetzt! Taylor! Ich werde die Überlastung aufhalten! Sie müssen mir helfen! Gehen Sie zu dem Bedienpult! Warnung! Fusionsreaktorenüberlastung im Gang! Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann! Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator! Suchen Sie nach den Buchstaben AUX! Ich habe es gefunden! Hau rein an! Okay! Alles okay, Taylor! Schalten Sie jetzt das Wartungsturbinell von AUTO auf MANUEL um! Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden! Es muss da sein, Taylor! Vertrauen Sie mir! Mach den Mann! Was ist das? Oh Gott! Sie haben es geschafft! Ich verstehe nicht! Ich verstehe nicht! Primärsystemeinsturz! Systemweite Störkaskade! Oh Scheiße! Marlow hat eine Überlastung erzogen! Das Schiff wird in Zweigerissen werden! Was ist das? wenn ich mir jetzt face... nicht... Kohlenzone! Alter! Das Schiff wird inannya! Sie haben sehr viele Mal verwendet! Ich kann es dir inweetenen! Sie haben drgeонд 여러분 gehalten, frucht ihr und das nicht aber dafür! Alle beiden finden, budd capacity! Schiff wird in reportmet condemnation! Ich sprach da! Vorher hat eine Ausnahme gemacht! Was ist das für solche cheering? Gerade dann deben gehen imТ�esshafte besser! Wo einige der Installation 256 ist für auf 07秒? 危 Surfsteig entstehen! Da hinterlässt sie einmal zurück. Da hinterlässt sie einmal zurück. Jetzt zieht sie doch noch langsamer hin. Der Rutscher freigeschaltet ist die Nachricht. Wow. Ich versuche die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Ich finde sie ja einen Weg von uns zu kontaktieren. Hallo, Sebastopol. Bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. So, ich brauche noch eine Impfpistole. Sonst kann ich damit nichts anfangen. Marlow, dieser Vollidiot, ey. Strom wiederherstellen. Jawollu. Karredorfen. Willkommen bei Siegsen Communications. Bitte nehmen Sie sich eine Rezeption an. Hab ich. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Siegsen ist gerade aufgetaucht. bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen wir hier? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Nein. Die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von Ihnen fern. Wir sind gefährlich. Und verzweifelt. Oh mein, Alter. Lass mich verarschen. Kommt ja genau dann an, wenn ich da die Tür aufschneide, oder was. Bescheuert, oder was? Pass auf. Dann werde ich mir von dir mal ein bisschen Munition schnappen. Was war, du blöder Wichser? Du blöder Wichser. Wie war, du blöder Wichser? Oh, boy. Noch einer? Ich wollte zur Seite gehen noch. Aber ich dachte, ich wusste nicht, dass der schneller ist. Aber es sind NPCs, ne? Die sind immer schneller. Ja, egal. Jawoll. Geht los, geht scharf. Äh, tralala. Der Funkspruch von Verlade wurde gerade aktualisiert. Hallo, Sebastian. Bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Toll ins Ende. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020